Digga, das ist Quatsch. Das weiß ich tatsächlich. Ibro, ich muss gewinnen. Das ist vollends, Digga. Boah, Mann, ey. Das weiß ich nicht, Digga. Der hat 22. Boah, du kannst eh nur noch raten, Mann. Das hab ich mir auch gefragt. Stabil, Bro. Ich fang an, ne? Weltmeisterschaften. Und dann darf ich auch beginnen, ne? Sortiert diese Länder nach Austragungsdatum einer Fußball-Weltmeisterschaft das Land mit dem frühesten Austragungsjahr nach ganz oben, das mit dem spätesten nach ganz unten. Vorgegeben ist Südafrika. Dann machen wir mal England über Südafrika. Das ist richtig. Dann machen wir USA über England. Das ist falsch. USA war 1994. Und England war wann? 1966. Tschüss. Uruguay war die allererste, ne? 1913. Ja, das weiß ich. Schweiz 1954. Schweden 1958. Chile 1962. England 1966. Argentinien 1978. USA 1994. Südkorea 2002. Japan 2002. Gut, Schweiz kannst du auch wissen, weil da wurden wir Weltmeister. Das Wunder von Bern. Das stimmt. Das ist 54. Ein Punkt für Schlotti. Nochmal schnicken. Na, was nochmal schnicken? Jetzt bin ich dran. Nein. Oder? Da gibt es auch Themen, wo ich gewinnen kann. Mach mal Nummer 1 Hits. Nummer 1 Hits. Tschüss. Sortiert diese Interpreten nach der Anzahl ihrer Nummer 1 Hits in Deutschland. Die meisten nach ganz oben, die wenigsten nach ganz unten. Vorgegeben sind die Beatles. Tschüss. Könnt ihr uns sagen, wie viel die Beatles ungefähr haben? Hatten die 20? Die hatten 11. 11. 11 Nummer 1 Hits. Nummer 1 Hits. Dann machen wir Apache oder die Beatles. Das ist richtig. Boah, Mann, ey. Aber man muss erst mal wissen, ob 11 überhaupt richtig, richtig viel sind. Ja. Capital Bra zwischen Beatles und Apache. Das ist falsch. Das ist falsch, ey. Capital Bra hat 22 Nummer 1 Hits in Deutschland. Also ist auf Platz 1. 22 Hits. Samura hat 12. Beatles 11. Apache 10. Aber 9. Bonnie M 8. Rolling Stone 7. Freddy Quinn für 6. Die Arzt dann 05 Hits. Hättige, du hast gerade gewonnen. Du hast gerade gewonnen. Ich bin wieder tot. Was machst du mit mir, Bruder? Sortiert diese Bundestrainer nach ihrem Amtsantritt. Der früheste nach ganz oben, der späteste nach ganz unten. Vorgegeben ist Joachim Löw. Also ich mach Klinsmann über Löw. Richtig. Nimm mal den Völler. Der war vor Klinsy. Wie der war vor Klinsy? Der war eins vor. Ja, also wohin? Ach so, sowas. Der hat ja von Klinsmann übernommen. Dann ist ja egal, wer jetzt kommt. Ja. Dann machen wir den ganz nach oben. Ja, also. Völler über Klinsmann ist richtig. Ja, klar. Dann machen wir Beckenbauer über Völler. Richtig. Du kannst eh nur noch raten. Ja, das ist eigentlich nur ein Gerater. Mach mal Herberger über Beckenbauer. Ja, Herberger war der Erste, hätte ich jetzt gesagt. Richtig. So, war jetzt der Berti Vogts, war der jetzt zwischen Beckenbauer und Völler oder war es zwischen Beckenbauer und Herberger? Fritz Simon, wo man es gesehen hat, ne? Dann mach mal den Ribbeck zwischen Herberger und Beckenbauer. Das ist falsch. War der so spät? Herberger 1950, Schön 1964, derweil 1978, Beckenbauer 1984, Vogts 1990, Ribbeck 1998, Völler 2000, Klinsmann 2004 und Löw 2006. Das gibt einen Punkt für Karim. 2-1. Digga, mach Rückennummern. Ne, auf jeden Fall nicht. Ne, machen wir Website-App. Digga, das ist Quatsch. Eberich muss gewinnen. Oha. Sortiert diese Websites oder Apps nach Erscheinungsjahr. Die frühesten nach ganz oben, die späteste nach ganz unten. Vorgegeben ist TikTok. Gut, ich würde jetzt mal WhatsApp über TikTok setzen. Richtig. Dann Facebook über WhatsApp. Richtig. Ich hätte jetzt gesagt Instagram zwischen TikTok und WhatsApp. Das ist richtig. Dann würde ich... Tinder kennst du dich doch aus. Ne, das kenn ich gar nicht. Hast du das? Ne. Tinder zwischen Instagram und TikTok. Korrekt. Ich würde jetzt Google über Facebook setzen. Richtig. YouTube zwischen Google und Facebook? Das ist falsch. Scheiße. Die Reihenfolge wäre Google 97, Wikipedia 2001, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, WhatsApp 2009, Instagram 2010, Tinder 2012 und TikTok 2016. Aber ihr habt es echt gut gemacht. Schon krass. Finale. Ja, ich würde Spielplan nehmen. Aber warum darf er dann einen mehr nehmen als ich? Ja, weil ich gewonnen habe bei Schnickschnack schon. Muss ja schon wohl seine Vorteile haben. Könnt ihr eigentlich schon aufhören dann. Sortiert diese Teams nach dem Spieltag, an dem sie eure Gegner in der Rückrunde sind. Der niedrigste Spieltag nach ganz oben, der höchste nach ganz unten. Vorgegeben ist Bayern München. Dann fangen wir mit Leverkusen an. Über Bayern. Das ist richtig. Dann nehme ich Gladbach unter Bayern. Richtig. Ich nehme Freiburg zwischen Leverkusen und Bayern. Richtig. Hertha zwischen Freiburg und Bayern. Richtig. Machen wir Köln zwischen Hertha und Bayern. Richtig. Dann würde ich Wolfsburg unter Bayern und Gladbach. Das ist richtig. Frankfurt haben wir auswärts gespielt, ne? Frankfurt zwischen Bayern und Wolfsburg. Richtig. Ich weiß nur nicht, wo Stuttgart war. Ja, ob das vor Hertha und vor Linger war. Das kam nur zwischen Bayern und Frankfurt gewesen. Richtig. Stabil, bro. Super. Unentschieden. Jetzt machen wir Tiere. Tiere wie Lash, bro. Oder willst du Rückennummer? Mach doch Rückennummer. Okay, machen wir Rückennummer. Die höchste Nummer nach ganz oben, die niedrigste nach ganz unten. Vorgegeben ist Marco Reus. Warte mal. Ich finde das übel schwer, bro. Ja, warte mal. Was hat denn der Kroos? Warte mal. Was hat denn der Kroos? Ich bin mir am überlegen, dass er auch da drunter hat. Ja, okay, doch. Kroos unter Reus. Richtig. Kurt war die Eins. Das weiß ich nicht. Kurt war unter Kroos. Richtig. Wenn der Roma nicht die Eins hat, dann ist der über Marco. Richtig. Was hat ein Kai? Das habe ich mir auch gefragt. Ich würde aber sagen, dass der Rashford die Zehn hat. Deswegen unter Marco zwischen Kroos. Richtig. Hat er die Zehn? Ich hätte gedacht, der hat die Elf. Ja. Die Bräune zwischen ... Ah, warte mal kurz. Ich weiß nicht, was Donnarumma hat. Das weiß ich tatsächlich. Ja, ich mache einfach die Bräune zwischen Marco und Donnarumma. Richtig. Digga, hat der Kai die Neun. Ich bin immer noch am Zweifel, was hat Donnarumma? Ich mache Giroud zwischen Kroos und Rashford. Richtig. Quint Alexander. Der hat doch eine hohe Nummer. Sicher. Ja, sicher. Arnold über Donnarumma. Das ist falsch. Scheiße, Digga. Donnarumma hat ... Die 99. Die 99. Seit dieser Saison. Seit dieser Saison. Was hat ein Kai? Kai hat die 29. 29? Alexander Arnold hat die 66. Die anderen habt ihr alle korrekt gemacht. Gut, habe ich gewonnen? Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Digga. Los! 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 AAM! Los! 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 Spy 1999. show history.